Hallo Freunde vom Cottbusser Ostsee. Freitag, 16. Februar und ich bin am Südkap. Hab die Drohne dabei und werde gleich mal hier aussteigen, darüber laufen und hier mal den Bereich noch abfliegen. Der fehlt mir ja noch so ein bisschen in der aktuellen Phase, wo ich jetzt wieder neue Videos gemacht habe. So wie immer, liken, kommentieren, Kritik usw. Abonnieren nicht vergessen. Bis demnächst. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.